Wie ist das? Das ist ja nur ein Mann. Leider, Herr. Dame. Haxen. Teile. Rang? Der Meiner soll sagen. Ach was, ich dachte, Sie wären ja gleich so, wie Sie sich ja ausspielen. Ich bin halt schon gewesen. Auf, Sie packen jetzt Ihren Kram aus. Für Sie erfinde ich noch ein Spezialprogramm. Ach da. Guten Morgen. Sie haben mir ja gar nicht gesagt, dass Sie der Verteidiger von Kassim sind. Nein. Ich heiße Danny Miller. Was kann ich denn sagen? Einmalst du bitte. Okay. Können Sie denn? Mein Großvater war ein Liefer. Allerdings gab es da was für Hürde und Indianer. Auf so einem Handelsbruch nicht alles. Bloß leider keine Zeit. Aber mein Großvater ruf es wohl schon gleich. Und wenn eben jemand was wissen wollte, er fand hier sicher nicht. Da hat sich nichts geändert. Da war's. Ich heiße ihn. Ich weiß nicht noch. Ich weiß nicht, warum nicht die Frau gefällt. Vielen Dank.